Mein Paulinchen wieder beim Trinken erwischt. Die trinkt immer aus dem Waschbecken. Sie hat selber immer eine Schüssel Wasser da stehen. Hier steht Wasser. Im Badezimmer ja auch. Aber nein, sie trinkt immer aus dem Waschbecken. Immer. Oh, Stella fängt an zu fiepen. Ja, ihr wollt auspacken, ne? Ja, ihr wollt auspacken, aber der Bruno will jetzt aus seinem Sandkasten nicht raus. Ihr seid doch noch alle müde, ne? Was ist los? Ach du... Das hat... Ah, Kalli. Von draußen wieder ausgebuddelt. Von mir geht es um Kauknochen. Diese rosa-weißen, ne? Die werden immer erst vor buddelt und nach ein paar Wochen wieder geholt. Und schön ins Hundebettchen mit dem ganzen Dreck, ne? Herrlich, herrlich, ne? Und Püppi, ist dir egal, ne? Ja, wir schneiden mal auf. Ach, ist das eine Sauerei jetzt. Prima. Prima. Manchmal tue ich mir ja schon ein bisschen selber leid, bin ich ja ganz ehrlich, ne? Ja. Hi, Schnuggi-Buggi. Schnuggi. Schnuggi-Schnuck-Schnuck. Nein, der Bruno ist draußen. Der bellt jetzt wegen dem ABC-Wagen, ne?